So, hier wollte ich gucken, ob man das hier irgendwie... Wenn man hier irgendwie sagt, man macht hier, das hier bietet sich an, die Fläche, die Pappeln drauf für den Harry. Das ist eigentlich groß genug, bis das abgeerntet ist, da müsste eigentlich was rausspringen. Aber vielleicht sind auch Pappeln schon angepflanzt. Aber es sieht nicht so aus. Ne. Dann gehe ich gerade mal... Kaufe ich das gerade mal für die Gemeinde. Und ich glaube sogar, Pappeln kann man ganzjährig anpflanzen. Ja, ganzjährig... Ah, nicht ganzjährig anpflanzen, im Winter nicht, aber man kann das ganze Jahr ernten. Okay. Okay. Äh... Okay. Du, du, du... Und der Jürgen hat hier immer noch nicht gebaut. Ich glaube, der ist aber gerade hergefahren gewesen. Mit Betonanhänger hier schon mal abgestellt. Ich glaube, der Akku ist gleich leer, das hat sich komisch angehört. Hallo? Hallo, wie ist es, Herr Norman? Äh, hallo. Ähm... Du, ich hatte ja gesagt, ich hatte ja dem Harry gesagt, ähm, dass wir gucken, dass wir von der Gemeinde her einen Platz finden, wo wir Pappeln anpflanzen. Ja. Jetzt habe ich gerade mal schon die 15... äh, 115 bis 118. Achso, bei der Feuerwehr, ne? Genau, gegenüber von der Feuerwehr. Ähm... Jetzt ist nur die Frage, pflanzt du das an? Oder wie macht man das? Äh, ja... Oder machen wir eine Ausschreibung erst mal? Können sich da welche finden? Ja, könnte ich mir schon vorstellen, ich könnte es theoretisch auch machen. Aber... Ich weiß halt nicht, inwieweit ich da an... Achso, ne, warte mal. Was brauchen wir denn eigentlich zum Anpflanzen? So ein Baum... Dings. Ne, ne, ne. Das kann nicht sein. Was ist so ein Baum an? Ne, Pappeln nicht. Ah, warte. Haben Sie den Katalog offen? Ja, ich schau grad nach. Muss... Sie müssen in Forstmaschinen? Achso, du. Äh... Und der... Der erste Forst... Die Baumpflanzmaschine, wo man auch die normalen Bäume mit anpflanzt? Ne, das kann nicht sein. Nucken Sie den mal aneinander. Ich leg mal auf. Ja. Ja, ich seh das schon, aber das... Das geht mit denen. Ja, aber da... Du verpflanzt doch damit nicht jede Reihe einzeln an. Na nun, warte. Hä? Ah, Handy klingelt. Warte mal, ist da Harry bestimmt. Ja. Hallo? Hallo. Ähm... Ich bräuchte da mal L.O. Äh, ja. Wo? Harry? Ja? Hast du da keinen Schlüssel für? Ähm... Ich bräuchte... Ich auf deinem Konto bin L.O. von meinem Konto. Du brauchst überhaupt alles. Probier mal jetzt. Geht jetzt? Ja, aber... Ähm... Wenn ich die jetzt auflade, weiß ich nicht, ob ich die bei dir kann reinladen. Ach so. Äh, du hast... Was du brauchst. Okay, ähm... Jetzt bräuchte ich aber nochmal... Äh... Fahrermanager. Hast du auch. Ach so. Okay. Jo. Ähm... Die... Merino. Merino. Jo. Jo. Dann mach ich voll. Äh... Was kosten die? Äh... 441 Euro. Okay, passt. Jo. Jo. Dann... Dankeschön. Bis später. Jo. Bis später. Tschüss. 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 Äh... So. Muss man leider mit denen anmachen. Dafür gibt's kein anderes Gerät im Katalog. Echt nicht? Echt nicht? Warte mal. Und... Wie gibt's die Palette? Palette musst du einen Zick kaufen. Äh... Äh... Wie pflanzt man Zuckerrohr an? Ähm... Zuckerrohr? Da gibt's... Glaub ich... Äh... 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 Katalog ist... Zuckerrohr... Hä? Ist das wirklich so? Ja... Leider... Ja... Aber du fährst doch nicht jede Reihe einzeln, um die... um die Dinger anzupflanzen? Ähm... Die machen... Ja, schon. Aber die machen jede zweite. Also, die machen immer zwei ein. Aber du musst es selber machen, ja. Das ist das Aufwendige bei der Arbeit. Dammit. Da haben wir aber dem... Da hab ich aber... Dem Harry ganz schön was aufgeschwatzt. Ja. Äh... Okay. Äh... Weißt du, ob der Hans-Peter irgendwie inhaftiert ist, oder? Was bei dem bloß ist? Nee, ich hab... Eben hab ich noch mitbekommen, dass die jetzt eine Zeugenaussage machen. Okay. Weil, ähm... Der Lukas Müller in Haft ist. Der Lukas Müller war der Unfallverursacher, oder was? Ja, genau. Und am Ende ist dann noch die Polizeikarre komplett reingefahren. Na. Okay. Ähm... Okay, aber wie kriegt man denn sonst Hackschnitzel hin? Bäume, aber das geht ja leider nicht. Ähm... Okay. Da ist der Abschleppdienst. Okay. Ähm... Würdest du... Gucken, dass du die Felder hier weitestgehend zusammenlegst. Ah, hier wird's ein bisschen schwer wegen... Ja, das vielleicht nicht. Aber die anderen zwei da hinten. Dass du da ein Spätzl von dir beauftragst. Und über beide Felder einmal drüber pflügst. Hm... Ja, das ist eine leichte Aufgabe. Ja. So schnell wie möglich. Dann würde ich mit dem Hans-Peter klären, dass wir da irgendwie was zum Pflanzen kriegen. Ja. Ja. Vielleicht sogar zwei Maschinchen oder so. Ja, dann geht's schneller. Ja. Ja, ich denke wir müssen auch ein bisschen was von der Gemeinde her tun. Wenn der Hans-Peter... Wenn du das mit dem Pflügen übernimmst... Ja. Und der Hans-Peter mit mir ansät... Dann... Dann wird das vielleicht ruckzuck was. Ja. Okay. Gut, dann kläre ich das mal mit dem. Jo, tschüss. Tschö. Ja. Hallo. Ja, ich kann die leider nicht abladen. Warum nicht? Ähm, ich bin jetzt mal bei deinem Konto reingegangen, wenn du mir Fahrermanager geben könntest. Kann ich's da nochmal probieren? Ähm... Jupp. Ähm... Ah, jetzt geht's. Ah, okay. Okay. Ähm... ... 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 ja angekommen er scheint angekommen zu sein okay ja dann was das so ist dann ja das sieht besser aus kannst du die anderen wieder verkaufen ne ja mach mal da machst du noch drei waldra in gelb umgewicht dazu